Bevor ich hinsehe, lasst mich raten, das Shirt ist von Stüssi. Tera Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Neben mir schon die Anita. Hallo, bestattete Video. Wir stehen da jetzt schon. Schau, Selina ist auch da. Hallo Selina! Ja, ich bin froh, dass ich nicht gewinne. Ja, wir stehen nicht gewinnen, keine Sorge. Gut, wir sind jetzt da direkt am Red Carpet, da sind schon die Stars der Stars unterwegs. Ich habe zwar noch keinen gesehen, aber Anita ist heute auch nominiert. Ja, voll cool. Ja, in der Kapiorie Special Interest. Also Reinigung, Hygiene, Ferdeartikel. Wer ist nicht nominiert in der Fashion-Kategorie? Der einzige Fashion-Youtuber ist alles. Okay, wir werden mal schauen, wer da heute die richtig neistens Outfits anhat. Da wird man schon angeleuchtet von allen Seiten. Die Mode-Polizei ist unterwegs, mal schauen, wer was anhat. Hallo, hier spricht die Mode-Polizei. Es gibt wieder etwas ganz Besonderes zum ersten Mal hier auf YouTube. Wie viel ist dein Outfit wert? Nur kurz, um das Ganze abzuchecken. Für alle, das kennt eh jeder. So, wir fangen an beim Oberteil Balenciaga. Hier 650, danach Supreme CDG-Kollaboration, 400, danach irgendeine Random-Jogging-Hose. Ich glaube, von Destructive für 70 bis 90, I don't know. Die Schuhe dazu, 500 auf White-Night-Kooperation und die Rolli 7500. Rolli's right. Rolli's right. Und wir haben auch schon Gesamtpreisplanete hier ein und wir haben hier einen alten Verdächtigen. Weiner habe ich schon verloren. Wir haben dich erwischt, wir haben dich gespottet. Ja, richtig so. Aber heute kommst du dran, hoffentlich mit dem Real-Shit. Lieber dein Ehle. Nicht, aber es ist gut, es ist schlecht. Du hast neu eingekauft, hast du mir gesagt. Extra heute für den Ava habe ich mir gedacht, komm, kaufst du dir mal ein günstiges Outfit? Aha, wir müssen an der Stelle cutten, er hat extra eingekauft für meinen YouTube-Kanal. Für Maximilian, ja. Was hat dein Topf gekauft? Ich meine, ich will gar nicht vom Knopfläden, Alter. 17 Millionen. Nein, ich weiß nicht. Wo fangen wir an, die Jacke? Ja, na klar. Die Jacke ist heute gekauft. Übrigens auch nominiert heute. Martin muss ich aber nicht nennen, gell? Ja, na klar. Ja, na klar. Ja, na klar. Diesel, habe ich gekauft heute für 400. Wow, aber es schaut nice aus. Den Print, was haben wir? Ah, ist das Mozart? Ist das Mozart? Nein, es ist Diesel. Naja. War schon nice aus. 400 Hugo Boss Hemd, 169. Okay, also eine College Jacke in der Kombination mit einem Hugo Boss Hemd. So sieht es aus. Schwarze Hose, ganz schlicht, ganz einfach, kennt jeder. Ich glaube, was hat die gekostet? 189, glaube ich. Ja, voll voll. Und dann Schuhe für Schnappe 109. Dann bin ich quasi nicht so krass wie er. Aber. Macht nichts, das ist niemand hier. Aber. Das ist der Award. Wie viel ist der Award? Wie viel ist der Award? Ja, der Award. Ah, ist von Diego Five, oder? Ja. Also nichts. Aber ganz ehrlich. Ich würde jetzt fast gesagt, dafür habe ich die hübscheste Begleitung. Ja, hey. Die Genie ist einiges wert. Die Genie ist einiges wert, das stimmt. Mit einem Vaterstern würde man sicher 200 Euro zahlen. Okay, wir sind fertig mit Daniele. Das ist der Endbetrag. Das ist der Endbetrag. Da ist das Outfit. Was da jetzt passiert? Ganz gut, wir sind noch nicht fertig. Aber macht nichts. Ähm, ja. Es ist ein Outfit. Kann man, man kann es anziehen, ob man es soll, ist eine andere Frage. Ich bin kein Fan von Hemden und College-Jaggen, aber sein Outfit Daniele. Heute mal original unterwegs. So, wir schauen mal weiter, wer noch so kreucht und fleucht hier auf diesem Event. Mal schauen. Wir machen weiter mit der YouTube-Prominenz neben mir der Alex. Hallo. Alex, du wirst heute entjungfert in Sachen von... Ja, schauen wir mal, in was du alles entjungfert wirst heute, oder? Ja, ich glaube auch. Wie viel ist dein Outfit? Ah, ja, nein. Okay. Gusi, verschick dich in einem Paket, aber sei bitte leise in meinem Video, ja? Ich hab das schon mal selber gemacht, aber ich hab den Brot noch nie gefragt, weißt du? Ah, du hast schon andere Leute gefragt. Ich geh mal durch die Stadt und hoffe, dass irgendwer kocht und ich frage, aber das soll nie passieren. An der Spitze. Was hat diese Jacke gekostet? Vor allem woher ist diese Jacke? Die finde ich ziemlich nice. Du hast dich zwar... Wie hat's geschmeckt heute, ja? Die Käsekreiner haben gemummt. Das kann man auf alle Welle sagen. Ja. Schreib mal raus, kein Problem. Also, pass auf. Ja. Ich soll hier mit anfangen. Ja, bitte. Ähm, ich kenn die Marke nicht, ich hab sie mir einfach... Zuschicken lassen. Ja. Hahaha. YouTuber-Lifestyle. Einfach. Ne, ich fand die echt geil, deswegen hab ich einfach gedacht, komm, die nimmst du mal mit. Ja. 3 Euroisch. Wie viel kostet sie jetzt mit den Käsekreinerflecken? Ähm, 220. Minimum. Weil die ist ein Unikat. Jetzt schon. Also das ist von H&M. Ja. Ich hab das nur... Das war das einzige, was ich bei mir in Köln hatte. Weil ich wusste gar nicht, dass hier heute der Videopreis ist. Dann hab ich das einfach schnell mitgesucht. Videopressen. Und... Ich hab keine Ahnung. Das hab ich schon ewig. Das hab ich glaub ich schon seitdem ich 16 bin. Ich würd mal sagen 25 Euro. 25 Euro. Okay. Die Hose. Die finde ich extrem lit. Die erinnert mich etwas an... Discord. Ähm, die ist von Zara. Die hab ich bestimmt auch schon ein Jahr jetzt. Ähm, ich glaub die hat 50 Euro gekostet. 50? 40 Euro. Irgendwie so. Zara-Preis. 40, 50, sowas, ja. Hosen gehen immer billig, oder? Die muss man nicht teuer kaufen. Also ich hab echt wenig Hosen. Irgendwie. Immer wenn ich mir was kaufe, dann ist es fast nie noch Hosen. Ich weiß auch nicht warum. Also dann müssen wir wieder Hosen kaufen. Die schönen New Balance Schuhe. Die schauen aber 1 zu 1 aus wie Ultraboost so auf den ersten. Also ich glaube da sind... Da sind glaub ich letztes Mal... Ja. Da sind glaub ich 3 neue... Er hat schon ein bisschen was getrunken. Kein Problem. Da sind glaub ich 3 neue von rausgekommen. Ja. Aber ich kenn mich nicht aus wie die jetzt genau reisen. Ähm, ich kann dir auch nicht genau sagen was sie kosten. Ich denk mal so... 120 Euro. Ich denk auch so. Aber die sehen 1 zu 1 aus wie Ultraboost. Also wenn man sich das Mesh ansieht und hier diese Stripes. Also ich find eindeutig Ultraboost irgendwie so in dem Look. Aber ja. Ganz nice. Okay. Das ist der Gesamtpreis. Stabiles Outfit. Schön abgestimmt. Gefällt mir persönlich sehr sehr gut. Danke. Danke vielmals. Gerne. Viel Spaß. Sie auch. So der nächste... Ja komm wir mal. Freunde. Wer ist am Start? YouTube Germany ist am Start. Zum zweiten Mal. Ihr müsst eure Ehre verdienen. Ich muss ehrlich sagen. Normalerweise würde ich bei so einem Video nicht mitmachen. Außer bei dir da ich dich kenne. Und beim Machen. Kennst du das? Ja klar. Ja Bruder Machen. Kennst du? Kennst du? Kennst du? Ja das freut mich. Das ehrt mich natürlich. Weil ich mit ihm auch. Normalerweise weiß ich nicht wie es gibt. Und manche Leute die kleiden sich extra so teuer es geht. Gehen raus und hoffen dass sie gesehen werden. Ja ja. Das ist von 1000 abgesteckt. So die in diesen Flamingo Look in bunten Farben rausgehen. Ja ja. Haben wir alle satt. Aber wir teifen direkt rein. In wie viel ist dein ausgelöst? Find deine Jacke nice. Ist das dein eigener Merch? Nein. Du hast aber einen eigenen Merch. Ich habe einen eigenen Merch. Die Hose habe ich mir gekauft. Die ist nice. Hast du die selbst zerrissen? Ein bisschen zumindest oder? Ja genau. Ich habe mich ein bisschen verfeinert. Hier extra nochmal ganz weit auf. Ja ja. Haben wir schon mal genäht. Das ist der Klassiker. Wenn man es übertreibt dann reißt du es mit der Zeit. Ich habe das groß gemacht. Ah mit Absicht. Aber du hast es selbst genäht? Genau. Ja super. Von Zara 50 Euro Freunde. Die Schuhe von Leandro Lopes. Mein Homie. Habe ich auch Geschenk bekommen. Die kostet 350 oder 400. So um den Dreh. Ringe Geschenk bekommen. Armbänder Geschenk bekommen. Ich habe meine Fake Rolex zuhause. Das ist exakt von 20.000. Schade. Andermal. Ja aber alles in allem passen wir gut zusammen. All black everything mit weißem Branche. Richtig stabiles Ding. Uh. Richtig stabil. Ja passt Mauer. Ich schenke ich dir. Oh danke vielmals. Aber nur die Sachen da drin. Aber jetzt versuchen. Kapuze immer raus ganz wichtig. Hast du genau zu deiner Hosen? Ja stimmt. Ich bin jetzt perfekt gemasht. Also jetzt ist mein Outfit perfekt. Aber dir wird jetzt kalt gell? Nein. Kriegen wir hin. Gut nächster Dude am Start. Ein alter Hase. Wie viel ist dein Outfit wert? Du fühlst jedes Event dabei. Jetzt habe ich mich das 30 Videos gemacht. Ich bin 50 mal drin. Das vierte. Wahnsinn. Mir fällt einfach nichts mehr ein content technisch. Du kennst die Ringe. Ich brauche nichts mehr erklären. Wir fangen von oben an. Wir fangen von oben an. Jacke. NBA. Michael Jordan. Die finde ich nice. Das ist eine ganz schöne Jacke. Leider das Wettbewerb dafür hat mich gepasst. Ja aber drinnen merkt es jemand. Aber ich habe einfach ein paar Jacke bestellt auf Asos. Das ist eine davon. Und die ist ganz nice. Und die ist ganz nice. Okay geil. So eine Einlaufjacke. Ja. Bevor ich hinsehe lasst mich raten. Das Shirt ist von Stüssi. Ich habe nur Shirts von denen gefüllt. Zeig mal was nochmal. Ich kenne dich einfach. Okay 90 Euro. Ich glaube 80 Euro. Also die Jacke 60 das ist 80 so. Die Hose auch von Asos. Das ist sogar Eigenmarke glaube ich. Eigenmarke. Okay. Das ist so eine kleine Golferhose. Mutig kombiniert muss ich sagen. Ja ich habe die Jacke überkochen weil es kalt war. Ah okay. Weil du jetzt das weiß hast dann passt es eigentlich. Ja voll. Nur so viel ist nice. Sonst mutig. Dann habe ich nichts. Und die Schuhe sind Adidas. Boah das musstest du wissen. Ich habe keine Ahnung was das für Schuhe sind. Das sind die Bounce oder? Keine Ahnung. Ich glaube die Bounce. Ich weiß mal nicht genau. Unter 100 Euro. Ja genau. Nein 100. Die Bounce. Hose 30 oder so. Hose 30. Okay. Stabines Outfit ohne Jacke meiner Meinung nach. Stabines Outfit. Sieh es einmal aus. Ja. Das ist besser. Perfekt. Also. Perfekt ist das. Ja kein Problem. Das ist der Endbetrag. Sehr gut. Vielen lieben Dank. Du holst jetzt mal deine Jacke. Und wir schauen wo der nächste ist. So liebe Freunde. Wir kommen zum nächsten YouTuber. Oder besser gesagt zur YouTuberin. Das erste Mädel. Die erste Frau. Die erste Frau. War voll gemein. Warte mal. Das müssen wir nochmal neu machen. Das geht nicht. Die erste die auch einen Preis gewonnen hat. Ich bin ganz stolz. Stehe ich hier heute und freue mich extrem für meine gute Freundin. Anita Girletainment. Die Preisgewinnerin. Hallo, 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 hallo. Ich freue mich voll. Ich habe einen Preis. Im Bereich Special Interest. Stimmt's? Ich bin absolut stolz auf dich. Okay wir legen mal den Preis weg. Bitte, Mats. Oh, Entschuldigung. So. Wir gehen zur eigentlichen Thematik. Wie viel ist dein Outfit wert? Wir fangen von, wobei, was heißt wir fangen von, oh, doch wir haben hier ein Haarband. Kaum ersichtlich. Ja, ich habe ein Haarband. Was hast du bezahlt? Ist dein zweites, wie viel ist dein Outfit wert Video, gell? Ja, ich glaube. Oh. Und ich bekomme dann immer in den Kommentaren bei dir immer zu lesen, wer ist sie eigentlich? Und wieso quatscht sie da mit beim Filmen? Ja, stimmt. Normalerweise bin ich immer hinter der Kamera bei Max an den Videos und dann gucke ich immer ganz böse Kommentare immer. Die soll mal leise sein. Maximilien. Teil zu schießen. Haarband, ich glaube 3 Euro. Okay. Okay, wir fangen schon mal hart an. Ja. Dann das Kleid. Das nette Scheid, das heute auf der Bühne gerockt wurde. Danke tausend mal. 40 Euro Zalando. Ich glaube es gibt sogar noch. 40 Euro bei Zalando. Also dritter Link in der Info. War der Gürtel dabei? Nein, da wird man nicht dabei. Ich weiß nicht wo, ich habe den von irgendeinem anderen Kleid runtergenommen. Also bei mir zu Hause, nicht in einem Geschäft. Die Schuhe haben 30 Euro bei ASOS gekostet. Bei ASOS? Wahnsinn. Bei ASOS kriegt man solche Schuhe. Ja. Das habe ich mir nicht gedacht. Und ich liebe diese Schuhe, weil die erinnern mich immer total an Kim Kardashian. Und Kim Kardashian habe ich auch schon betroffen. Das ist mein absoluter Lieblingsnagel. Do it yourself. Willst du jetzt ernsthaft mit dem Nageljagd kommen? Ja. Okay, na gut. Und zwar, das ist der P... Liebe Freunde, bitte jetzt noch nicht abschalten. Ja, es kommt noch was. Wir bleiben nicht dabei. Voll gemein und gepasst, ich gehe. Na gut. Danke vielmals, Anita. Servus Leute. Was geht ab? Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat. Dass alle einen Daumen nach oben da freuen. Schaut bei meinem Bruder Herratschai vorbei. Auf jeden Fall. Wir werden heute früh schlafen gehen. Auf jeden Fall. Auf keinen Fall werden wir die Klubs Wiens unsicher machen. Niemals. Vielen Dank an dieser Stelle, liebe Freunde. Ich verlinke euch jetzt noch hier. Und hier ein neues Video von mir. Schaut auf jeden Fall bei meinen Bros vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Video. Das war's von Herratschai. Und das war's von mir. Euer Zmini.